und ja vor allem greift und daher würde er bei mir einfach durch die eine Falle durchfahren und um die Flanken würden aber immer noch drauf schießen meine Fallen machen jetzt ein Schaden von plus 70 ich weiß gar nicht wo ich jetzt stehe ich gucke mal ganz kurz ich bin jetzt bei plus 71 so da hinten noch die Truhe Schwert ist aber nicht besser das ist da drüben noch ach so der Helm den Helm will ich nicht ich nehme mir mal die Truhe hier und einen Upgrader eine Falle beziehungsweise die beiden fallen hier in der Mitte so ja da fährt sich jetzt die Truhe sowieso benutzt ja und ich hatte halt knapp 400 und da habe ich es besser wenn ich mir die nehme ich hatte jetzt 376 das reicht auch noch für mich hier hinten ist noch eine Truhe die kannst du nehmen und dann kannst du was upgraden oder zwei Sachen upgraden halt wenn das jetzt hier alles auf Stufe 2 ist dann kann ich mich auch um die verteilten deine Verteidigung in der Mitte kümmern brauchst du nicht darum kümmere ich mich schon das aber alles das ist auf Stufe 1 nein schau nochmal genauer hin die drei die eine auf Front sind richtig die sind auf 2 okay die hier noch nein ich meine ich meine die obere Mitte ach so ja da muss da muss ja nicht mehr sein das ist doch nur eine Tür und die teilen sich auch noch auf okay du bist ja nicht ich werde dir nicht wieder helfen mach halt den Scheiß alleine ich bitte doch drum dass du mir hier nicht wieder hilfst verkackst du es doch eh wie auch ja natürlich dass sie jetzt endlich die Truhe genommen ja hast aber wie sie fliegen wie worden was hat mich da jetzt getroffen glaublich so Valisten die rüber danke so der Springer ist auch tot oh ein Oger bei mir und bei dir auch und bei mir auch okay bei mir ist glaube ich ein schwächerer bei dir ist ein verbesserter oder hä wieso nein scheiße 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 ach Mist der geht hoch boah eh der spuckt hier mit grünen Scheißwellen so mein Oger ist tot ja meiner wird gerade er wurde beackert jetzt soll boom die zwei Ballisten haben das besser geschafft als ich gedacht habe unglaublich bei mir ist er nicht mal durch die eine Balliste die direkt vor ihm stand gekommen obwohl da noch ein Selbstmörder reingerannt ist so Bosswell jetzt wird es spannend so alles in Schaden das wird der schnellste Bosskampf den wir in dem Let's Play haben ja wow ist auch nicht sonderlich schwer was soll das denn jetzt heißen nein wir haben ewig für den anderen Boss gebraucht werden ewig für den letzten Boss brauchen und der Boss ist der leichteste was der letzte wo der hier was der hier den wir jetzt haben was habe ich jetzt aufgewertet ach die Drehklinge scheiße warum ist doch gut du hast die Balliste gemacht okay gut ja ich hatte mich gerade verklickt ich weiß gar nicht in der Welle selbst kam auch nochmal Oger oder ich glaube ja ja komm nochmal Oger okay ähm 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 hast du noch ne Truhe die würde ich dann nehmen und könnt was auf Stufe 3 bringen nee ich hab keine mehr ach verdammt ähm so was haben wir denn hier von den wie die Mana hast 210 gib mir mal ein bisschen ja Moment ich gucke mir hier gerade mal die Ausrüstung an ähm macht weniger mehr Angriffsrate mehr Fallenschaden ich glaube ich nehme das hier ey du Wichser dafür kriegst du von mir keine Mana wow das bringt dir auch sehr viel mir jetzt kein Mana zu geben drück geh weil ich hab 376 drück geh ich geb dir Mana und dann upgrade mal noch ne Falle ich upgrade nichts mehr ich wollte die Ausrüstung da haben dann upgrade halt nichts nein mach ich auch nicht ich hab keinen Bock mehr auf upgraden okay ja wenn er jetzt durchkommt dann ist es deine Schuld nein dann bist du schuld hätte ich mir ja nicht die Ausrüstung klauen müssen ja genau upgrade ich halt jetzt ja mach doch mach ich auch ein Oger ach Aua Au Du, hier ist einer durch Wo? Der springt auch noch Ich hoffe das war meiner und der hat die Wo ist einer durch? Den habe ich gerade getötet Und wo ist der durch? Weiß ich nicht, der kam aus deiner Mitte Dann ist er wahrscheinlich einfach durchgerannt Während der Ober da war Aber hier überlebt nichts Äh, wo ist die 5? Da ist die 5 So, hier ist alles auf 3 Vollbracht Göttliche Absicht Ähm, wo ist die 8? Da So schnell das Mana holen Hoppala So Ich bin gespannt wie der Bosskampf jetzt gegen den läuft Hoffentlich gut Der genauso wieder wird Wie beim letzten Mal Ich weiß es ja nicht Gut, der kommt bei dir So gut Viel Funktion, Arschlo So Ey, hier ist auch ein verboten Penner Echt mal Penner Ey Der kommt da Dem werden wir aber beibringen Hier zu rauchen Der hat aber auch jetzt schon weniger Leben als der erste Boss Ja Ja Ich sag ja, der ist schwächer als der erste So Du Erstmal 1000 Schadenspunkte zuhören Au Aua Was war das? Der Magier Oh 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 Welche reparierst du? Die Linke. Okay, ich reparier die andere. Alter, der verrückte... Hatte ich die eben verschont? Alter, ich werde... Warum reparierst du so langsam? Ich kann nicht schneller. Okay, die Linke wird fallen. Okay, ist egal. Setz eine neue hinter mir. So, zack. Und spring auch. Ich hole mir kurz neues Mana. Ja, ich reparier weiter gegen ihn an. Gut, gut. Aber deine andere Drehklinge ist gleich auch kaputt. Ja, ja. Geh' dich. Ach. Ich kämpfe gerade für eins gegen ihn. Aua. Okay, die Drehklinge sind hutsch. Hilfst du mir? Ja. Dann muss ich das Kleinstregen nur aufheißen. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Drehklinge, Drehklinge. Drehklinge. So, ich bin wieder da. Jetzt so. Los. Ah, verdammt. Geh' auf den Boss. Geh' auf den Boss. Ich mach' das. Ja, ich bin schon wieder fast tot. Verheile dich, wir haben ihn gleich. Ja, ich bin tot. Ich auch. Ne, das war's. Die überrennen uns jetzt finalen los. Scheiße. Komm, 10.000 haben wir noch. Ich geh' den Kristall beschützen. Aua. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin hier eben gestorben, aber. Aua. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Komm, nur noch 3.000 Punkte. Ach, scheiße. Ach, ich... Verdammt. Ach, Mist. Schade eigentlich. Ach, naja. Wie lange warst du denn weg, um das scheiß Mana zu holen? Das Problem war, ich hab' bei dir oben Mana versucht zu holen, aber da war alles weg, sobald ich da war. Und ich weiß nicht, warum ich es so lange gebraucht habe, zum Reparieren. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Warte mal, ähm, schau mal in deine Heldeninfo. Ja. Ähm. Meine Wirkgeschwindigkeit ist nur bei 2. Ich habe, äh, Wirkgeschwindigkeit 17. Ja, ich hab' nur 2. Darum wahrscheinlich. Ja, ich hab's dann auch. Naja, egal. Was soll's? Ja, das war unnötig. Ja, er hatte nur noch 2000 D, ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, ich geh noch mal... Bist du nicht repariert, sondern was Neues gesetzt, dann wär's wahrscheinlich besser gelaufen. Ja. Aber naja, ist halt so, kann mal passieren. Was soll's? So, ich geh' hier nochmal auf Shan und auf... Auf was geh' ich noch? Angriffsrat. Und einmal Wirkungsbereich. So. Na gut, okay, dann müssen wir uns wohl mit einem Fail leider erstmal verabschieden für diese Aufnahme. Ja. Schade eigentlich, aber naja, was soll's. Dauert das Let's Play wenigstens ein bisschen länger. Kriegen wir ein bisschen mehr Geld für die Folge. Yay. Sind dir so berühmt, wir kriegen ja Geld für. Ja, natürlich. Wir haben's ja drauf. Oder auch nicht. Nee, wir haben's drauf, wir sind Pros. Nein, wir kriegen kein Geld. Wenn wir Geld kriegen, dann seht ihr es daran, dass ihr Werbung seht. Und da ihr keine Werbung bei uns seht, weil wir werbungsfrei sind, gehen wir auch ohne Geld nach Hause. Nein, das stimmt doch gar nicht, wir haben doch diesen Deal da gemacht. Mensch, halt die Schnauze, das mit Coca-Cola muss keiner wissen. Gut, okay. Also, bis denn, tschüss, euer Tibrianus und euer... Ferorik, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das Mana nicht zum Upgrade gegeben hast. Das stimmt ja überhaupt nicht. Oh, doch. Du hättest mir nicht die Ausrüstung klauen dürfen. Hab ich nicht. Nein, ich hab mir nur die Werte angeguckt und dann kommst du an, bam, weggeschnappt. Ich hab mir auch die Werte angeguckt und hab mich dann hätte ich alleine hin als Typ. Du Arsch. Ich hasse dich so sehr. Du kommst mir nie wieder in die Taverne. Ich mach das jetzt hier allein zu Ende, das Let's Play Together. Ja, dann mach doch. Ich spiel mit mir alleine zusammen. Ja. Ja. Kann's auch wissen. So, jetzt muss ich die Aufnahme auch wirklich beenden. Ja, tschüss. Vor allem, ich hatte sie schon unterbrochen und du wolltest ja dann den Streit wieder anfangen. Das muss ich ja unbedingt dokumentieren. Ja, natürlich. Ja. 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 So, okay, jetzt aber wirklich. Bis dann. Tschüss.